Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, heute mal ohne Tee. Wir sind hier immer noch in der Höhle, die haben wir gestern dann freigekämpft und jetzt schauen wir uns hier mal gemütlich um. Hi, wer bist du denn? Wie sind diese Goblins in den Heim gekommen? Schüssi. So. Verwenden. Was macht das Ding? Das hat man hier gesehen, gell? Aber vielleicht beschützt es jetzt uns? So, hier war einiges, gell? Guck mal hier oben. Und die ist aber... Die ist auch, guck dich das an. Äh, komm mal bitte, komm mal bitte hier hin. Ist ganz schön hoch. Es geht. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Ach, ernsthaft, Mädel. Du bist aber echt. So, alles gut. Aber das ist... Warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal bitte hier hin, mach das mal aus. So, dann bleibt ihr mal hier. Ist immer noch rot. Hier unten ist nämlich auch nochmal so ein... Ohne des Wolfs. Okay. Das geht. Das ist ja abgefahren, die sehen mich dann auch nicht. Hier. Hier. Und hier war was. Toter Mensch. Ein Schlüssel. Silberschlüssel. Aha. Mach doch mal das Ding hier weg. So, okay. Ich nehme an, wenn ich jetzt wieder auftauche, sind die deaktiviert. Wunderbar. Da. So. Okay. Das wird jetzt wieder hier... Hihi. Ich muss mich hier umgucken, Leute. Ich kann es hier nicht einfach durchlatschen. So. Komm mal hierher. Flink, 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 flink. Zurück. Okay. Und hier ist die Rune. Oh nein. Nein. Ich bin hinüber fast. Trink mal einen Schluck. Und nochmal. Ja. Dankeschön. So. Na dann. Das funktioniert ja. Flinks. So. Okay. Was haben wir hier? Oh, ich kann mal looten. So. Ich sehe richtig was los. Wie sie mir überall denken? herkraxeln, aber ich habe Angst, ich vergesse sie wieder, wenn ich das jetzt ausmache. Aha. Ich habe doch hier gerade... Guck mal. Lass mal schauen. Fingerfertigkeit plus 5. Und er plus 7. Okay. Don't touch me. Jaja. Das geben wir Astarion. Und Astarion. Astarion. Das Ding entschärfen. Nicht wahr, Astarion? Wir brauchen eine 3. Okay. Wunderbar. Wir speichern. Und dann darfst du sie knacken. 15. Wir probieren es. Das ist Glück. Das ist wirklich nur Glück, sonst nix. Kohle-Sachen. Eine riesige Kiste. Was haben wir hier? Wagenschlinge der Natur. Oh, für Gale. Kohle. Rauchbombe. Alles klar. Alles klar. So. Und hier von hier hat die geschnitten. Nee, die ist hier hinten gewesen. Okay, Leute. Dann alle mal hier her. Und hier her. Hier her. Da rein. Steintür. Ähm. So. Steintür. Gespeichert. Ein Klabenbibliothek, ähm, Giftwolke, was ist das für ein seltsamer Ort? Schärfen, das können wir nicht. Da drüben ist etwas. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter, augenscheinlich. Dann gucken wir mal den Weg hier weiter, ne? Da ging ja hier der Weg weiter. So, dann, äh, ja, kommen wir hierher. Mal hier alle wieder hin. Oder? Ja genau, hier geht ja der Weg noch weiter. So. Na, dann zeigt mal, wie easy es ist. So. So. Okay, ist ja eine ganze Menge. Ach, jetzt hat er sie, okay. Na dann. Ich hoffe, du kannst hüpfen. Na. Okay. Na dann. So, wir speichern wieder. Ich habe was versprochen, schon vergessen. Ah, alles klar. Wir müssen also gar nicht zwangsläufig mit ihr mitlaufen. Jetzt ist die Frage, müssen wir im Hain noch was erledigen? Was haben wir hier? Untersuche den Strand. Das haben wir abgeschlossen. Genau, wir haben die Kinder gefunden. So. Wir sind mit heiler Haut aus dem Hain gekommen. Sasa sagte, dass wir sie beim Goblinlager treffen sollen. Ach, mit heiler Haut. Ich dachte gerade, hä? Welchen Heiler? Okay. Ähm. Heil ziehen. Genau, da müssen wir aber noch retten. Das Verlangen ist aktuell etwas ruhiger unterwegs. Was haben wir hier? Ruhigen, Heil ziehen. Genau, das wissen wir ja. Die Goblinpriesterin. Es ist riskant, sich mit den Goblinlern einzulassen, aber es könnte der einzige Weg sein, um geheilt zu werden. Abgeschlossen, Nettie. Genau, okay. So. Dann haben wir eigentlich alles, oder? Warte mal, was steht denn bei? Rette die Flüchtlinge. Genau, Hals hinsuchen. Das ist schon. Und wenn das misslingt, können wir immer noch denen helfen, irgendwie diese Straße zu passieren. So, dann machen wir folgendes. Wir gehen hier hin. Wir speichern. Und dann beenden wir den Tag. So. Keiner hat Redebedarf. Okay, die da wären. Das wird doch mal mehr. Die Wandbilder im Hain. Ich hatte den Eindruck, als wäre euch da etwas aufgefallen. Was kann ich sagen? Sie waren ein Augenblick. Beide mich als Kunstliefer. Mhm. Jetzt frage ich halt einfach mal nach dem Artefakt. Was ist das für ein komisches kleines Artefakt, das ihr da habt? Es ist keine Geschichte. Nichts, was ihr zu hören habt. Es ist einfach nur, dass ihr es immer gesehen habt. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Was ist auf eurer Meinung? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Ich glaube, dass ich noch einen Konfidanten wie euch hatte. Und wenn ich es habe, dann kann ich sie nicht erinnern. Hm. Das ist ein Kompliment von ihr. Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Hm. Hm. Ihr wollt nicht über euch reden? Ich hoffe nicht. Hast du nie gehört, die Leute, die sich über sie reden wollen? Hm. Ich mache euch ein favorit. Vielleicht will ich euch ja besser kennenlernen. Okay. Wenn es das ist, was ihr wünscht, werde ich es respektieren. Hm. Na dann. So. Hast du Tarion, mein guter? Wie geht es dir? Hm. Nichts. Und du so? Speak. Hm. Hm. Oh, die Züge sind ungewöhnlich. Geht, Yankee sind hier nicht gerade häufig. Ich erwarte, ich bin dein Erster. Ähm. Genau. Ich habe von euch gehört, aber noch nie welche getroffen. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. Hm. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Tzö? Wirklich? Danke, dass ihr das bemerkt. Es war eine Observation, nicht ein Kompliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Ist das so? Wisst ihr, was ohne Heilung aus uns wird? In great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist and a mindflare is born. Klingt atemberaubend. Hm. Das wird nicht geschehen. Wir werden eine Heilmöglichkeit finden. Wird in steel. May your actions express the same metal. Mach ich das? My kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Hm. Warum besorgt dich, dass wir uns nicht verändert haben? Das ist doch gut. Yes. If you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Hm. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Das mag sein. Und will... Well met. Ähm. Na, Gail? Go ahead. I'm listening. Okay. Keiner will mit mir reden. Ich bin beleidigt. Dann gehen wir schlafen. Gute Nacht. Endlich habe ich mal träumelt. Ach hier, Astarion, mein Guter. Shit. No, no. It's not what it looks like. I swear. I... I wasn't going to hurt you. I... I just needed... Well... Blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Wann habt ihr das letzte Mal getötet, diese Woche? Gestern? I've never killed anyone. Well, not the food. I feed on animals, bulls, deer, kobolds, whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so... weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companions mind unfolds, secrets half revealed. Aha. Hmm. Soll ich's versuchen? Aber ich hab keinen... Ja, wir probieren's. Zwei. Wir dürfen nur keine Eins würfeln. Wir müssen... Wir honouren. Es wird einiges. Wir werden das nicht zurückgebringen. Ihr Finde es rausbringt. In der Hütte, du dener seeheneinstellen, die niemanden schritten. Begge石. Du öffnest, und splitst. Dann rauskriezt dich auf eine k radicale Kere. Dann rauskriezt dich nicht in der Hütte. Geist einen schrittenen Schauch. Nach einem weibletten Hahn. Der Hütte, die es den Ball des Blas. Wir sagen ihm nicht, dass wir das gesehen haben. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr irgendwann hier seid? Ist das so? Ihr wolltet mich beißen, wie sie gar nicht euch da trauen? Gut, aber wenn ihr zu weit geht, kriegt ihr einen Flock durch die Brust. Ah, natürlich. Ich werde so leid als ein Baby sein. Wir machen uns selbst so komfortabel, nicht wahr? Passiert da nichts mit ihm? Ich habe ja auch was im Blut, sozusagen. Das ist genug. Oh, natürlich. Das... Das war... ...amazing. Mein Kopf ist endlich klar. Ich fühle mich stark. Ich freue mich darauf, euch kämpfen zu sehen. Hau rein. Das ist ein Geschenk, ihr wisst. Ich werde es nicht vergessen. Er schaut, als er nach der Brust schlägt, stärker, stärker, sicherlich, bereit, zu schämen. Endlich ist nur was passiert, nachts. Er will schon wieder mit mir reden. Ein bisschen leer. Mein Herz tut mir weh. Wie sollte ich euch eurer Meinung nach fühlen. Wie sollte ich euch meiner Meinung nach fühlen? Ich bin dankbar, dass ich nicht ein wahrer Vampire, dann. Ein Biss von ihnen und ihr könnt euch als ein Vampire-Sporn wachsen. Wie meine guten Selbst. All of a Vampire's Hunger, aber wenige von ihren Kraften. Schade, ich dachte, ihr werdet mächtig. Vielleicht bin ich. Für 200 Jahre, der Sonne hat mich in die Hände geändert. Jetzt stand ich hier, als ob es nichts ist. Jemand oder etwas, möchte mich hier leben. Sie haben die Regeln verändert. Stand in der Sonne, wading durch einen Rücken, wandern in Hände, ohne eine Verwaltung. Verwaltung. Sie sind alle perfekt mundaner Aktivitäten. Und wie meine anderen Verwurzungen? Na ja, wir können das ausprobieren, in Zeit. Ist das so? Warum ist das so? Ist das der Parasit des Gedankenschinders? Das ist meine Theorie. Aber wer weiß. Ich bin nur glücklich, dass ihr über diese Verwaltung seid. Was ist das so? Ist das so? Das reicht. Wir brauchen ihn, ob es euch passt oder nicht. Das reicht. Wir brauchen ihn, ob es euch passt oder nicht. Dann, sollen wir gehen? Es ist ein langer Tag vor uns. Mhm. So, jetzt hast du alles alle wissen. Speak! Du willst nicht darüber reden. Du warst jetzt auch nicht in der Gruppe dabei, gell? Gut, Matt. Wir sollten halt vielleicht wirklich mal... Wir lassen Gail mal da. Na, du? Geh an. Ich höre. Ich höre. Was haltet ihr davon, dass wir ein Vampir im Lager haben? Wir alle haben unsere Verwurzungen. Einer Weg oder der andere. Hm. Ich möchte, dass ihr eine Weile im Lager bleibt, statt mit mir unterwegs zu sein. Wir reisen später wieder. Genau. Dann nehmen wir ihn mal mit. Kommt doch in meine Gruppe. Schauen wir mal. Ach, der braucht noch Level-Ups. Okay, der ist aber nicht wie der Astarion. Ein Hexenmeister. So, so? Mhm. Schutz vor Gut und Böse. Wir nehmen mal den Hexenpfeil. Schauerliche Anrufungen. Bei deinen Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwörungsformeln zutage gefördert, die dir anhaltendes magisches Talent verleihen. Okay. Mach das mal so. Hexenmeister. Ich dachte, der wäre auch so eine Art Schurke. Ach du, wir müssen ja nochmal ran. Ach. Okay, das war so ein Flächenschadel-Pakt-Vorteil. Dein Schutzpatron macht dir ein Geschenk für deine treuen Dienste. Welche einen der folgenden Pakt wähle. Ich würde das hier mal probieren. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu, einen Fehlengeist, der eine Form deiner Wahl annimmt. Es kann ein Tier, ein Teufelchen oder ein Quasit sein, was auch immer ein Quasit ist. Teufelchen, der kann Gängst... Okay. Beschwöre einen Vertrauten in Gestalt und mit den Werten eines Quasiten, der unsichtbar werden und Gegner ängstigen kann. Ein Teufelchen, das Fliegen unsichtbar werden und Gegner stechen kann. den Tiergestalt deiner Wahl annimmt. Okay. Cool. So. Jetzt bin ich die Glaskanone. Also dann, ähm... Ich würde sagen, wir speichern mal hier im Lager. Nein, das ging ja auch nicht. So, dann verlassen wir das Lager mal. Und jetzt gucken wir mal... Haben wir das jetzt hier schon freigeschaltet? Wie sehen die denn aus, die wir... Ja, oder? Wir können jetzt hier hinreisen. So, hier ist scheinbar kein Weg, aber hier ist ein versteckter Vorrat. Wir sind hier. Da ist Karlach, Uppsala, und hier? Kehre zu Sevloa zurück. Also dann doch noch mal. Ähm... Ich würde gerne mal gucken... Ne, da sind wir hergekommen. Dann müsste es hier irgendwo sein. Dann können die da hoch, nicht erreichbar. Doch, mit Sicherheit ist das erreichbar. Guck mal her. Mal hier. Das sind Prübe. Ich kann nicht hochschauen, aber wir müssen hier hoch. Okay. Ist das eine Falle? Ja. Aha. Wer bist du denn? Ich bin nicht Aufsatz. Wolle ihr Aber das ist nicht so... Es ist eine Wolle. Aber das hat das... Nein. Aber das hat es einer gut... Sie wissen, wie Sie sie beschreiben in Kormier, dass sie? Vielleicht haben wir... Dieser Weg und ich bin Raphael. Ich bin sehr, 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 sehr. Sie sind nicht jeden Tag. Aha. Äh, eine wahrlich blutige Ehre. Eine so vorzügliche Sünderin. Redet er mit jedem so oder nur mit mir? Hm. Oh, ihr kennt meine Arbeit. Äh, freundliche Worte, aber wenn ihr bedrohen wollt, tut es gerade heraus. Hey, I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Mhm. Come. Oh Gott, wer ist er denn? There, middle of somewhere. Äh, das ist die Kloa. Äh, das ist die Kloa. Oh Gott. It might just be your last. Bitte? Führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Ha, 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 ha. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Der ist irgendwie böse, ganz genau. Der ist ein Leipzig, ein Leipzig. Oder gibt es einen Leipzig? Was ich mit einem Kirch hatte? Kein Leipzig? Potenzialmente. Ein Leipzig. Ich bin ein Leipzig? Conceivably. Aber das ist ein Leipzig. Ja, das ist sicher. Ja, das ist für ein Leipzig. Haha. Warum glaubt ihr, dass ich gerettet werden muss? Ich bin nicht zu irre, einen Pakt mit einem Teufel einzugehen. Ich habe genug andere Probleme. Ich habe ein Gefühl, dass du dich veränderst, bevor es für dich verändert hat. Versuch es sich zu curieren. Schöpfe dich. Beg, büren und schädig. Exhaust alle Möglichkeiten, bis keine sind. Und wenn die Hoffnung wurde, in der sehr Marrow des Desperre, Ja, das ist dann, wenn du auf meine Tür kommst. Uh-huh. Hope. Ha 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 ha! Such a tease. Uh... Tja... Glaubt mir, ich werde zuletzt lachen. Ich habe immer gefragt, was ein Lachen-Mind-Flayer klingt. All diese kleine Symptome, sundernes Haut, dissolving Guts, sie haben noch nicht manifestiert, haben sie? Man könnte sagen, du bist ein Paragin von Glück. Ich werde da, wenn es rauskommt. Okay. Der Teufel höchst selbst. Ja. Schlägt uns einen Deal vor. Silber, göttliche Führung. Guck mal hier. Auch was für Gel. Auch was? Ja. Ja. Wenn ich denke, ich habe ein Dilemmae, der Dävi kommt. Nein. Wir haben uns kassiert, sondern auch eine andere Frau in uns. Wir können das auch. Wir können das auch. Wir können das auch. Jetzt, um diese Raphael. Er weiß unsere Grüße. Er hat sagen, dass man kann helfen. Was macht ihr von ihm? Ganz ehrlich, ich weiß nicht recht. Genug über mich geredet, was haltet ihr denn für das Beste? Naja, ich weiß nicht, er könnte uns eine Hilfe sein, oder auch nicht. Worauf wird die raus? Kommt zur Sache. Was für Leute kennt ihr denn da, die solche Dinge tun? Geht klar. So, mal mit allen mal reden. Genau, wenn ihr eure Seele verkaufen wollt, natürlich. Was schlagt ihr also vor? Genau. Was ist die Entscheidung, die wir haben? Das ist kein ordentlicher Mindflayer-Parasite. Wer mit dem und warum? Was haben sie für uns geplant? Und warum sind wir so wichtig, dass ein Teufel auf unsere Tür kommt? Wenn wir diese Antworten finden, können wir eine Chance haben. Ich weiß nicht. 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 noch schwarz hier ist da was vergessen das wohnt mich ja jetzt wir können halt hier nirgendswohin porten schauen wir mal an der stelle beende ich die folge mal ja der teufel hervorragend ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns morgen ganz gut bei bei